Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde und natürlich alle Zuschauer aus nah und fern bei Xtrain24, ihrem Portal für Modellbahn und Zubehör. Das lange Warten hat jetzt endlich ein Ende. Vor anderthalb Wochen haben wir ja bereits das angekündigt über unsere Social Medien, zum Beispiel bei Facebook. Es wurde auch rege angeklickt und registriert, dass wir mit einer Teleshopping-Tour anfangen. Und heute ist Freitag, 16 Uhr und es beginnt ganz pünktlich. Sie sitzen sicherlich zu Hause ganz bequem in Ihren Sesseln oder vorm Computer und schauen sich das an. Ja, Sie sehen vor mir zum Beispiel hier schon ein Präsentationsmuster, ein Diorama gestiftet von Modellbahnengel, wo wir uns nochmal ganz herzlich bedanken. Das ist das sogenannte Arcaden-System. Auch das finden Sie bei uns auf den Seiten, wenn Sie da mal ein bisschen stöbern. Das ist aber nicht Gegenstand der Vorstellung, sondern das ist Gegenstand dessen, dass wir hier Modelle draufbauen bzw. unsere Lokomotiven in Baugröße H0 präsentieren werden. Das also dazu. Das Angebot, was wir Ihnen jetzt präsentieren, gilt von jetzt, Freitag, 16 Uhr, bis Sonntagabend, 20 Uhr. Es sind, wie wir schon auf den Seiten vermerkt haben, sympathische, attraktive Preise. Wir gehen von den Baugrößen H0 bis Z. Fast alle Hersteller präsentieren wir hier. Und es sind Angebote der uns angeschlossenen Händler auf unserem Portal bei Xtrain24. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Wir treten hier nicht als Verkäufer auf, sondern wir bieten die Plattform auch für diese Übertragung für unsere Händler. Und die Angebote, die Sie hier sehen, sind alles Angebote von Händlern deutschlandweit. Die kommen also zu Ihnen sozusagen nach Hause auf Ihr Sofa, auf Ihre Couch, wo Sie sich jetzt diese Angebote ansehen können. Dazu eigentlich alles. Ich möchte jetzt einfach sagen, genug der Vorrede, fangen wir einfach an und wir kommen zu unserem ersten Angebot. So, liebe Modellbahnfreunde, nun betreten wir Rubrik 3, die Fahrzeugmodelle. Und da habe ich ein kleines Problem. Wir haben auf unserer Sonderseite zu diesen Livestreams, zu dieser Verkaufsshow, etwas über 180 Fahrzeuge gelistet. Alle Baugrößen dabei, von H0 bis N. Und das macht die Sache jetzt etwas schwierig für mich, denn ich kann Ihnen jetzt unmöglich alle 180 oder diese etwas mehr über 180 Fahrzeuge im Einzelnen vorstellen. Aber lassen Sie uns einmal bitte darüber reden, was wir denn alles haben. Sie sehen es auch hier schon zum Beispiel, wir haben die Firma Busch vertreten. Ich halte es mal in die Kamera. Ja, das ist zum Beispiel ein Militärfahrzeug der ehemaligen Nationalen Volksarmee, der DDR. Das ist ein sogenannter G5 oder wie wir manchmal gesagt haben, G5. Das wäre dann die englische Bezeichnung. Sie sehen hier im Modellmaßstab 180, also ein H0-Fahrzeug. Das gleiche gilt auch. Es gibt noch weitere Form- und Farbvarianten, zum Beispiel von Herpa zu diesem Fahrzeug. Kann ich Ihnen also auch noch zeigen als Baufahrzeug. Wir haben Brekina dabei. Möchte ich Ihnen auch gern zeigen. Also auch Brekina ist vertreten. Wollen wir mal gucken, ob es die Kamera kriegt. Jawohl. So, es ist ein B1000 mit Blaulicht. Nennt sich Ambulanz. Allerdings ist er schwarz. Ich vermute mal, das ist ein Regierungswagen der DDR früher gewesen. Dann hat wir noch ein Brekina-Modell eines, nach wie heißt er, jetzt muss ich direkt selber mal gucken. Es ist ein Land Rover, ein Land Rover unter der Bezeichnung Starmada. Dann haben wir auch noch von Brekina hier ein Sondermodell angeboten zur Modellbahnmesse Faszination Modellbau im Oktober 2016 in Friedrichshafen. Auch die haben wir im Angebot übermittelt von unseren Händlern. Dann reine Militäri-Modelle. Ich halte mal die beiden so ein bisschen daneben, damit man das auch sehen kann. Auch das sind Modelle der Firma Herpa, die Sie bei uns ebenfalls erwerben können. Und ja, dann haben wir hier noch einen Ackerschlepper. Jetzt muss ich selbst mal gucken. MB, Mercedes-Benz, Trek 800. Also auch solche Fahrzeuge sind bei uns zu bekommen. Und ja, von Viking ein wunderschöner Kran. Alter. Oder hier ein Unimog von Busch. Nee, so rum. Und natürlich noch ein VW Passat der Firma Herpa. Das ist also ein etwas neuerer Passat bereits, den wir hier anbieten können. Also das sind alles Fahrzeuge, die ich Ihnen jetzt mal so im bunten Querschnitt mal so ganz schnell zeigen wollte. Und die sind natürlich auch auf dieser Sonderseite alle gelistet, liebe Freunde der Modellbahn und des Modellbaus. Dort können Sie also richtig wuseln. Und wenn ich Ihnen die Zahl von über 180 Fahrzeugen nochmal nenne, dann wissen Sie, was Sie an diesem Wochenende zu tun haben. Nämlich alles durchgucken und Sie können sicher sein, ganz sicher sein, dass da auch wieder etwas sehr schöne Angebote für Sie dabei sind. So wie wir es jetzt bereits schon im Laufe des Tages hier mit dieser Verkaufsshow gemacht haben. Das heißt also Angebote im Fahrzeugbereich, Modelle. Es gibt Bausätze, Modelle. Es gibt also alles, was bei der Modellbahn Rang und Namen hat. Alles, was wir heute vorgestellt haben, waren ja also für Sie auch immer ganz besondere Angebote. Und das Gleiche gilt natürlich jetzt auch im Modellautobereich. Und dort können Sie sich also in Herzenslust umschauen und natürlich auch kaufen. Das würde uns und natürlich die Händler, die diese Ware hier anbieten, bei uns auch sehr freuen. Das war es nun endgültig, liebe Zuschauer, hier bei unserem Teleshopping Marathon heute am Freitag. Und ich hoffe, dass Ihnen die Angebote sehr gefallen haben und dass Sie natürlich auch kräftig hier und da zuschlagen werden. Ich denke, es war für jeden was dabei und unsere Palette war auch recht vielfältig. Diese Angebotsseite ist, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, bis zum 24. um 20 Uhr freigeschalten. Das ist also der Sonntag. Bis dahin gelten diese Angebote, wenn die Seite weg ist, beziehungsweise wenn das Livestream dann weg ist, dann sind auch die Angebote auf unserer Homepage weg. Das macht aber nichts, wenn Sie es verpasst haben sollten. Denn nächstes Wochenende ist ja Black Friday. Und da wird auch am gesamten Wochenende diese Seite dann wieder freigeschalten sein mit neuen, mit anderen Angeboten, die wir für Sie bereithalten. Und Sie wissen ja, im Black Friday Fever gibt es das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern. Nicht nur in der Konsum-Elektronik, nein, auch bei uns, bei Xtrein24 und der Modellbahn. Ich hoffe, dass Sie dann auch dabei fleißig sind und unsere Angebote nutzen. Uns wird es dann möglicherweise, es ist noch in Planung, wir können es noch nicht genau versprechen, aber wahrscheinlich Mitte Dezember wiedergeben mit einer neuen Live-Übertragung, mit neuen Angeboten, kurz vor Weihnachten. Und da hoffe ich, dass wir das ein oder andere Schnäppchen Ihnen da sicherlich noch anbieten können. Und ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen, was wir Ihnen zeigen wollten und auch Ihnen gezeigt haben. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, freue mich aufs nächste Mal. Ihr Frank Puttich Ich bedanke mich für Ihr Interesse, freue mich aufs nächste Mal.